Hallo? Ah, da bist du hier. Wo bin ich hier? In unserem Büro. Wir sind für die Sicherung und Kontrolle der Supermenschen zuständig. Und ab heute bist du Teil unserer Organisation. Die Regierung erkennt offiziell die Existenz von Supermenschen nicht an. Aber Supermenschen gibt's doch wirklich. Supermenschen erhalten den Frieden für die Menschen. Aber hast du dich jemals gefragt, wer die Supermenschen beschützt? Die Supermenschen verbergen ihre wahre Identität und leben so unter den Menschen. Unser Job ist es, diese Supermenschen zu beschützen. Okay. Erhebe deinen Kopf! E-Kuss! Du bist gut. Genauso wie du bist. Supermenschenbüro. Ist es gerecht, wenn sie eine gesetzeswidrige Macht besitzen und Supermenschen sind, die Zerstörung anrichten? Supermenschenbüro. Untertitelung des ZDF, 2020